hallo und herzlich willkommen zu einem neuen review von phil füller heute soll es um den schneider ray was haben wir heute vor ich erzähle ich kurz was über die firma schneider was zu den daten zu den umweltschutz wasser im portfolio haben dann kommen wir hier zu dem schneider ray füllhalter zählen was zu den eigenschaften dann gehe ich auf die kappe ein schafft grüftschiff feder größenvergleich mit anderen füllern dann habe ich ein schreibbeispiel und zum schluss kommen wir zum fazit die firma schneider wurde 1938 gegründet sie hat ihren hauptsitz in schramberg das ist in baden württemberg die produktion ist in wernigerode das ist in sachsen anhalt und das logistikzentrum sitzt in weilheim das ist in bayern die firma schneider hat rund 600 beschäftigte und fertigt in deutschland die firma schneider kannte ich eigentlich nur von kugelschreibern und von daher habe ich mich ein bisschen schlau gemacht auf deren webseite interessant fand ich dass die den umweltschutz ganz hoch setzen also es ist die erste firma der branche die über zehn jahre lang ein umweltmanagement eingeführt hat die veröffentlichen alle drei jahre ein nachhaltigkeitsbericht also finde ich super im portfolio haben die dann halt wie gesagt hier kugelschreiber textmarker druckbleistifte tintenkiller und was jetzt auch gesehen habe den füller habe ich freundlicherweise von manuel zugeschickt bekommen der guckt auch hier meine youtube videos vielen dank dafür dass ich da den stift testen darf sehr freundlich von dir weil ansonsten hätte ich wie gesagt den stift also den füller überhaupt gar nicht auf dem schirm gehabt also vielen dank dafür kommen wir jetzt hier zu dem schneider füllhalter im geschlossenen zustand hat der eine länge von 142 mm die länge der kappe beträgt 62 mm die länge des schafts beträgt 131 mm die länge wenn die kappe aufgekämpft ist 161 mm das gewicht der kappe sind acht gramm das gesamtgewicht ohne patronen sind 18 gramm gewicht des schafts also ohne kappe sind zehn gramm die befüllung funktioniert über eine standard patrone und die herstellung des gesamten füllers ist in deutschland kommen wir zur übersicht über den schneider ray der schneider ray ist ergonomisch geformt hat einen gummierten griff wird über eine standard patrone befüllt da wird hier übrigens eine königsblau patrone mitgeliefert das sind die hier also hier habe ich mir meine packung besorgt von den stiftung warntest ausgabe 08 2018 hat diese patronen übrigens als einzige firma in dem test als sehr gut bewertet weil die haben keine schadstoffe ich war persönlich total überrascht dass tinten patronen überhaupt schadstoffe haben aber diesen schadstoff frei von allergen und konservierungsmittel sind ja auch ganz interessanter test könnt ihr euch bei stiftung warntest mal runterladen kostet glaube ich unter dem euro der test wenn er den mal lesen wollte finde ich fantastisch deswegen wenn ich jetzt ein kind hätte und das zur schule schicken würde ich würde das jetzt nur noch mit schneider patronen ausrüsten so die unverbindliche preis empfehlung ist 14,55 euro von diesem schneider ray füller ich habe vom lieben manuel umsonst bekommen vielen dank nochmal dafür finde ich toll super ist mein erster füller den ich einfach mal so zum testen zugeschickt bekommen habe vielen dank das feder also das griffstück und die feder gibt es einmal für linkshänder und rechtshänder das ist jetzt hier für rechtshänder ist super 2018 wurde dieses design vom stift mit dem plus x award ausgezeichnet das steht für high quality design und bedienkomfort kommen wir nun zur kappe die kappe ist aus kunststoff und ist hier glänzend wenn ich jetzt hier mit meinen fingern schön drauf fasse dann sieht man passiert nicht viel also ein bisschen nimmt da jetzt hier meine fett abdrücke vom finger ab an aber ist jetzt nicht sehr dolle hier sind dann noch gummierte wellen auf also eingearbeitet in die kappe und das ist einfach fantastisch ich zeige euch gleich warum die wellenform hat hier nämlich im oberen bereich einen eine größere ausbuchtung also hier wird größer ausgelegt und das ganze ist nämlich gedacht zum ankäppen ich finde das ist total innovativ hier kann man nämlich hier seine finger anlegen hier gibt es dann auch noch eine gummierte fläche auf dem schaft und kann zack auseinander ziehen wieder zusammen stecken und man hat hier immer den richtig schönen grip drauf dass man hier nicht auf die plastikoberfläche auffassen als anfassen muss sondern man kann hier schön oben anfassen in der gummierten fläche und zack auseinander ziehen super gut durchdacht und jetzt könnte man sich fragen die haben man kann ihn ja jetzt hier einfach so verdrehen und dann weiß ich sitze nicht mehr so schön dann müsste ich jetzt hier auf auf der kunststofffläche anfassen und dann abziehen naja aber das geniale ist was ich bemerkt habe ist wenn man den dreht dann ist hier der rastet hier so ein also was heißt rastet es hier irgendwo beim drehen ist dann eine ein punkt wo er dann jetzt hier so ein bisschen fixiert ich kann den überdrehen ganz klar funktioniert super aber man merkt dass er hier an dieser stelle ein bisschen einrastet und das finde ich echt genial gelöst dass dann hier das durchgängige design vom füller ja drin ist super gemacht hier haben wir dann einen metall clip der ist nicht scharfkantig also hat hier keine scharfen stellen auch wenn ich den jetzt hier so ab machen der geht durchgängig das heißt dass hier am ende sieht man vielleicht da ist er nicht scharf kann ich das heißt wenn ich mir den jetzt hier an hemd anklippen würde dann wird er mir jetzt hier nicht irgendwie das hemd kaputt oder so weil es einfach super gemacht der sitzt jetzt nicht super stramm also man kann ihn leicht hoch und runter bewegen der wackelt auch ein bisschen das ist jetzt hier gut das ist jetzt ein kunststoff kuli die von schneider die haben auch noch welche die edelstahl clips die wackeln halt ein bisschen und genauso wackelt der hier auch also der sitzt jetzt nicht bombenfest wie hier zum beispiel was soll man hier der pelicano da sitzt der echt super fest aber der hier wackelt ein bisschen finde ich jetzt nicht schlimm weil der füller ist ursprünglich gedacht für jugendliche und kinder manuel hat den benutzt auf arbeit ich hab den jetzt auch mehrere wochen lang auf der arbeit benutzt und fand den halt super vom schreibkomfort und eigentlich da kippt sich niemand den jan könnte man sagen das ist ein rollstopp aber da der von der form her nicht rund ist der füller sondern ist hier mehr oval gestaltet bleibt er sowieso stehen also ist jetzt einfach nur weil also ich könnte mir designtechnisch das so vorstellen dass der füller man füller braucht halt hier im clip sonst die zeit nicht aus wie ein füller wie zum beispiel den nach wo habe ich gesagt der kweko sport der kommt auch ohne clip habe ich mich jetzt daran gewöhnt aber im ersten moment dachte mir dass gar kein clip dran kann man nachkaufen für den hier deswegen könnte ich mir vorstellen dass design technisch gehört hat hier ein clip dran aber dann brauchen halt nicht in der kappe sitzt ein inlay drin das heißt wenn ich den füller jetzt hier zusammen stecke dann dichtet hier das inlay in der kappe also das quasi hier wie beim parker parker jota dichtet er dann quasi die feder ab so dass er nicht austrocknen ich hatte den jetzt auch mal eine woche lang nur rumliegen und habe dann wieder versucht mit dem zu schreiben und er hat sofort angeschrieben also ist eigentlich recht super das ganze wird über einen klickverschluss arretiert das heißt er hat jetzt kein drehverschluss sondern man kann jetzt einfach zusammen klicken dann ist er fest hat den vorteil wenn man jetzt in einer besprechung oder in der schule sitzt und man hat mir zusammen und die lehrerin erzählt was kann man den ganz schnell hier auseinander ziehen und sofort losschreiben finde ich persönlich recht praktisch ja kommen wir jetzt zum schaft der schaft greift hier ich mache mal zusammen und es trocknet doch aus der schaft greift die wellenform von der kappe auf das heißt hier geht dann die welle schön über und geht dann hier auch in eine gummierte fläche über hier habe ich dann hier schon eine griffe fläche um den auseinander zu ziehen hier habe ich das schneider logo als ihr schneide und dann das logo von schneider auf der anderen seite steht dann made in germany weil er wird wie gesagt in vernigerode hergestellt seit ein deutsches qualitätsprodukt der schaft agitiert mit der kappe an der richtigen stelle deswegen habe ich dann hier ein durchgängiges design hier habe ich auch wieder eine kunststoff oberfläche und naja wenn ich jetzt drauf fasse nimmt er ganz leicht meine finger abdrücke ab aber das eigentlich also auf das ist jetzt aber hier nicht der rede wert die lange gummierte fläche finde ich halt auch fantastisch weil ist dadurch nicht rutscht also hier über die kunststoff oberfläche über die glatte rutschen dann halt hier meine finger drüber aber hier an der gummierten kunststoff oberfläche ach quatsch an der gummierten fläche rutschen meine finger nicht entlang also ist super gemacht man kann ihn hier aufschrauben hier sitzt dann das griffstück dran und hier auch da sieht man schon die patrone ist fast leer geschrieben hier ist noch eine zweiten hinten dran dass jetzt hier eine kweko königsblau die gibt es immer bei kweko füllen dazu ja wie gesagt er kann zwei patronen aufnehmen oder eine lange patrone im standard formal standard patronen schuss also das ist hier kein 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 anschluss wie zum beispiel lami oder parker hat auch nicht nur standard anschlüsse sondern die haben auch welche die passen nur bei ihnen rein also hier passt der stinknormale europäische standard anschluss der hast du rein in den patronen die patrone sitzt auch mit so fest drin naja lässt sich jetzt hier leicht rausziehen also sitzt nicht bombenfest aber sitzt schon fest wenn man wackelt kriegt man die hat leicht gewechselt also ich hatte jetzt noch keine probleme dass die patrone irgendwie rausrutscht aber ich habe ja hier also auch in der schule gelernt man muss immer zwei patronen reinstecken und so bin ich auch hier mit verfahren also die patrone hat sich hier noch nicht gelöst an dem schaft hier schließt das griffstück an ich kurz mal die seite umblättert ist eine neue seite also ich habe mir hier so ein text vorgeschrieben weil worauf jetzt eingehen will hier habe ich noch was zur form das heißt die seiten ansicht hier vom stift ist ein lang gezogenes oval das heißt es ist nicht rund sondern ist halt hier ist ein oval also gut ein flach gedrückter kreis oder hier wenn ich den jetzt weiter drehe dann habe ich hier an dieser stelle würde ich sagen es ist ein rechteck ich habe das jetzt seiten ansicht gesagt also die seiten ansicht ist ein oval und die draufsicht ist ein rechteck kommen wir hier zum griffstück das griffstück ist gummiert und in zwei bereiche eingeteilt das heißt zwei bereiche wo ich meine finger auflegen kann dass wir haben hier eine begrenzung und da eine zweite begrenzung das heißt wie beim pelicano beim twist beim lami wert noch sowas kweko per keo die haben auch so eine vorgefertigte grifffläche wo ich meine finger auflegen kann und damit anschreiben kann ich muss sagen hier so wie die grifffläche eingerichtet ist das ist die beste vorgefertigte grifffläche die mir bis jetzt untergekommen ist weil hier kann ich vorne meine finger auflegen ich kann hinten meine finger auflegen sie engt mich jetzt nicht ein so dass ich jetzt hier eine bestimmte griffhaltung haben muss sondern sie lässt mir hier einen gewissen freiraum dass ich meine finger so anlegen kann dass es auch bequem ist und deswegen liebe ich diesen stift also er ist wirklich fantastisch ich mag den halt weil ich kann hier einfach so anfassen wie ich möchte wie ich das mit meinem pelicano in der schule gelernt habe also hier habe ich mal auch über pen exchange forum habe ich hier noch ein so ein hatte ich mal in der schule das ist nicht meiner der existiert nicht mehr also jetzt ist es schon meiner was nicht mein original schulfüller die fehler ist noch ein bisschen dreckig muss mal sauber machen zugeschickt jeder pelicano der hat auch so leicht angesetzte griffmulden wo ich jetzt mein finger auflege da sieht man auch hier vorne das ist ziemlich nah dran hier weiter ist es ein bisschen der die grifffläche ein bisschen weiter zurück gesetzt hier auch wieder vorne dran deswegen habe ich auch hier meine spezielle meine spezielle griffform beim beim lami sind ist die griffform fest man hier vorne an bei dem pelicano fest mal ein bisschen weiter hinten und der schneider würde jetzt hier die gesamte bandbreite bieten wie man seine hände also seine finger hier auflegen kann er ist eigentlich für alle gut geeignet also ergibt das jetzt nicht so explizit vor sondern man kann jetzt wirklich bequem seine finger auflegen so das muss mal gesagt werden dann ist das ganze hier gummiert das heißt er ist wirklich rutschhemmt also auch also jetzt in der letzten zeit was hier in der stadt ziemlich warm ist war der wärmste ort in deutschland und in besprechungen habe ich also da wo es keine klimaanlage gab habe ich echt geschwitzt und ich habe dann auch mit dem stift geschrieben und durch die gummierte fläche war es jetzt überhaupt nicht irgendwie rutschig oder so sondern der stift saß bombenfest also man kann auch wenn man schwitzt hier super mit der gummierten fläche schreiben dann kommen wir weiter hier oben am oberen ende habe ich eine wulst das heißt hier geht es ein bisschen weiter nach oben wenn ich jetzt meine finger hier auflege also hier vorne auflege also ich stelle mir das so vor kinder die das schreiben lernen die fassen ja hier meistens hier vorne den füller an und legen dann hier ihre finger auf damit sie schreiben können und dann kann es natürlich passieren dass wenn das stück jetzt hier gerade wäre dass die mit den fingern abrutschen und dann hier auf die feder kommen und dann saugen sagen sie sich dann halt die finger ab weil ein also also wie hier zum beispiel ich habe jetzt hier ein bisschen mit tinte rumgespielt und jetzt sind meine finger eingesaut also ich krieg's auch nicht mit wasser ab und das hat so ein kleiner stopper dass ich jetzt hier nicht drüber rutsche und was hier noch angeordnet ist hier habe ich noch so einen kleinen bereich wo die feder noch abgedeckt wird von so einer kunststoff ja von so einem kunststoff teil noch die fehler sitzt hier weiter drin das heißt auch wenn ich hier drüber rutschen würde würde ich nicht sofort auf die feder kommen oder an den tintenleitern wird dann wie gesagt meine finger ein sondern ein auch hier stoppen meine finger und das finde ich halt sehr sehr praktisch für jugendliche schreibt anfänger also ist echt gut gemacht wichtig finde ich hier also ich finde das ja wie zum beispiel beim parker jota muss einfach mal wieder sagen der war scharfkantig hier beim übergang vom griffstück zum schaft hier ist überhaupt nichts scharfkantig ist alles abgerundet auch die kappe hat hier keine hat keine einzige ecke wo scharfkantig wird wo es unbequem ist also der ist einfach bequem zum schreiben kommen wir zur feder die feder sitzt hier in einem kunststoff tintenleiter sie hat das schneider logo aufgeprägt und ist ansonsten schmucklos kann man einfach so sagen also da ist jetzt nicht irgendwie was aufgeprägt das schön verziert das ist einfach nur das schneider logo und das war's gut wenn man nur mit schreiben will also ist jetzt kein hingucker aber ist auch ausreichend bei lami ist ja auch nichts aufgeprägt also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so schön ausgearbeitet wenn man hier sich zum beispiel von den kweko wenn man den daneben also die feder daneben liegt dann hat die hat hier noch so ein paar schnürkel aufgeprägt sieht halt ein bisschen schöner aus aber wenn man damit nur schreiben will ist das vollkommen ausreichend so kommen wir zum größenvergleich hier habe ich den schneider ray den kweko per keo das auch ein füller für jugendliche einsteiger aber farblich finde ich den hat auch sehr schön und mit dem schreibe ich auch sehr gerne dann habe ich hier den platinum preppy der ist halt sehr sehr günstig vom preis her aber von den schreibeigenschaften finde ich den fantastisch also für für 6 euro oder so kostet der der schreibt einfach genial dafür dann habe ich hier den alten schulfüller den pelikan pelicano p 450 model 7 also der ist anfang der neunziger wurde der hergestellt dann habe ich hier den pelikan twist da hat auch ein review zu gemacht also ich finde ihn nicht so toll aber sieht halt schön aus mit der grönen farbe dann habe ich hier den twist die eko und den kweko sport im größenvergleich kommen zum schreibbeispiel also hier habe ich nur meinen stift nummer zum testen ich kann die kappe aufkäppen merke ich sofort also bin kein fan davon weil der schwerpunkt hier mit der kappe man sieht wenn ich den auflege zieht er schon nach hinten das mag ich persönlich nicht wer darauf steht kann es machen aber wenn ich den hier schon in meiner hand halte der ist lang genug also ich brauche keine kappe deswegen lasse ich den und ab also lasse ich den einfach ab hier zum nicht aufgekämpft so das ist der ja jetzt hatte ich den zu lange offen mit den ganzen test jetzt muss ich mal wieder schreiben aber da kommt er auch gleich sofort wieder also das ganze ist dem jetzt geschuldet dass ich halt die ganze zeit die kappe offen lassen also offen gelassen habe und dann halt die tinte getrocknet ist als tinten patrone habe ich hier die farber castell schwarz hier als patrone muss dazu sagen es gibt mehrere es gibt zwei produktlinien von farber castell es gibt die farber castell ich würde mal sagen das ist die brot und butter tinte also das ist wie von pelikan die 4001 tinte und dann gibt es noch die teurere tinte das ist dann die graf von farber castell die ich auch nicht schlecht aber das ist jetzt hier die brot und butter tinte wird hier für die tinte habe ich bezahlt 1 euro 45 also nicht der rede wert so das papier worauf ich hier schreibe ist von sönecken das ist ein die nach fünf und hat 70 gramm pro quadratmeter jetzt leute die schwarz toll finden hier sieht man auch also auf dem papier und hier da habe ich mir die das ist hier kopierpapier da sieht man das hier habe ich vor ein paar wochen schon geschrieben da sieht man dass die tinte jetzt hier ein bisschen blasser wird aber hier auf dem sönecken papier da ist jetzt der schwarz das ist auch richtig schwarz und bleibt auch richtig schwarz also bei schwarzen patronen oder schwarzer tinte kommt es auch wirklich hier aufs papier drauf an für mich ist das immer noch in ordnung ist es ist kein so ein satte schwarz wie hier ist es mehr so ein grau schwarz aber dann ist auch sehr sehr saug freudiges papier und von daher dass das hier wohl das auch aber hier ja sehen alle meine tinten wenn ich jetzt hier auf den kopierpapier schreibe das hier von cx glaube ich gewesen das papier das saugt hat viel auf aber das schwarz ist ein schönes schwarz schwarz ist ja auch eine farbe so jetzt malen wir mal ein wenig die schleifen es ist eine m feder und hier auf dem papier weil das auch viel saugt ist der strich ein wenig breit die feder ist mutterweich also die ich kann hier noch ein bisschen flexen dann wird der strich ein bisschen dicker aber noch marginal das tolle an der feder also warum ich hier von der feder begeistert ist ist die rutscht einfach hier übers papier also man hat kaum feedback also man hört die feder es ist überhaupt kein kratzen hier drauf die gleitet einfach hier schön übers papier ist genial hier noch ein bisschen querstriche horizontal ist alles gleichmäßig würde ich mal behaupten das heißt es gibt hier keine linien varianz es ist eine jetzt noch der satz aller sätze wie quick brown fox jams die racy top also man kann sehr schön mit der feder schreiben kann ja auch schnell schreiben also funktioniert als ganz wunderbar wenn man jetzt hier das papier wegen der linien varianz noch mal sieht ich könnte jetzt hier auch noch mal da seht ihr es kommt auch aufs papier darauf an hier ist definitiv der strich dünner als hier auf dem synecken was so schön saugt und deswegen der strich ein bisschen breiter wird aber auch hier gleitet die feder wunderbar übers papier kein einziges kratzen man hört nur leicht wie die feder hier übers papier gleitet also finde ich toll das kann zum beispiel mein pelikan m 805 dem muss jetzt auch erst einschreiben bis er diese eigenschaften jetzt hier gekriegt hat wie hier diese feder so schön übers papier gleitet also ich mag das sehr so noch was weil ich ein fan davon bin dass der schwerpunkt hier auf der feder liegt und nicht irgendwo hier hinten im bereich wenn ich den füller jetzt hier in meiner hand halte dann ist auch der schwerpunkt hier vorne im vorderen bereich das heißt er kippt automatisch hier auf meinen mittelfinger der füller und deswegen habe ich halt hier in leichten druck auf der feder das gefällt mir halt persönlich sehr sehr gut er liegt auch super in der hand ich habe jetzt hier in einer besprechung die drei stunden ging habe ich auch alles protokolliert mit geschrieben mit dem füller hier und man kann hier auch lange mit schreiben also ich hatte jetzt nicht irgendwie dass meine hand geschmerzt hat also ich konnte hier richtig gut mit schreiben ich könnte mir daher vorstellen als werden jetzt im studium den stift nutzen will könnte ich empfehlen für die mitschriften ich kann empfehlen auf jeden fall auch für die schule ist ein schöner schulfüller vielleicht also von der größe her vielleicht fünf sechs oder sieben jähriger oder jährige gut da weiß jetzt nicht wie groß die hände da sind ob der jetzt auch schon für die geeignet ist oder ob man davon stabilo den griffix ist er glaube ich holt zum ersten schreiben dann aber auf jeden fall für heranwachsende für jugendliche ist der stift auf jeden fall von der handgröße auch optimal manuel hat mir diesen übrigens geschickt weil er fand die nicht schick genug für besprechung und ja das stimmt also mit dem weil er halt aus kunststoff ist holt man da jetzt wenn man den jetzt irgendwie als prestige objekt benutzen möchte würde man jetzt hier damit niemand ja also man beeindruckt hier mit niemand es als reines schreibgerät finde ich den fantastisch wenn er jetzt irgendwie aus metall wäre aus edelstahl aus aluminium dann wäre es eine ganz andere hausnummer gut dann wird er auch keine 14 euro 55 mehr kosten dann wäre natürlich auch teurer aber so es ist ein schreibgerät zum reines schreiben ist der halt super aber wenn man jetzt weiß nicht hier aber den jetzt zum beispiel da nimmt gut der kostet auch ein bisschen mehr aber der macht halt ein bisschen mehr was her der sieht halt wirklich so aus wie so ein schulfüller oder fürs studium im studium hatte ich auch ja auch ein füller der hat 30 euro gekostet der sah auch nicht viel besser aus als der hier aber für einen reinen schulfüller für wenn man jetzt im büro einfach nur schreiben will damit ist der perfekt so für die zukunft was ich mir wünschen würde für diesen füller es gibt fineliner von schneider die haben im line up die sind aus bio basierenden kunststoff der schneider fineliner heißt sogar line up oder es gibt den schneider kugelschreiber slider excite die sind alle aus bio basierten kunststoff und man muss sagen also es ist schon fantastisch was schneider hier für einen umweltschutz macht also alleine dafür würde ich den füller kaufen oder halt die coolies aber da wir also privat habe ich hat hier die schneider und auf arbeit haben wir auch schneider coolies also von daher sind wir mit schneider gut versorgt ich würde halt mich persönlich freuen wenn sie diesen schneider ray kugelschreiber auch noch aus bio basierenden kunststoff herstellen würden also einfach nur fürs gefühl dass man da halt was umweltschonendes hat also ich finde das ganz toll dass die der wird hier schon umweltschont produziert aber das kunststoff granulat also ich habe jetzt keine info gefunden dass das jetzt hier bio basierend ist das kunststoff granulat wäre halt schön wenn sie das da auch noch einsetzen können also ich würde mich freuen wenn sie auch noch eine größere bandbreite an schneider füller herstellen würden vielleicht auch welche die bisschen mehr kosten von der haptik sich hochwertiger anfühlen also der ist nicht schlecht der fühlt sich auch gut an aber wenn man sich jetzt halt einen anderen kunststoff hier nimmt wie hier das ding von pelikan da fühlt sich halt der kunststoff ganz anders an wahrscheinlich kostet das kunststoff granulat auch nicht viel mehr aber so können zeit verlangt wenn der jetzt ein bisschen hochwertiger aussehen würde so für erwachsene also es ist halt wie gesagt ein jugend füller der super schreibt und auch als erwachsener kann man damit super schreiben aber in besprechungen würde ich halt doch lieber ein füller bevorzugen der optisch für erwachsene ein bisschen was mehr her macht also vom fazit kann ich sagen das design von diesem füller hat auf jeden fall mit dem wort ist berechtigt ist der der füller an sich ist sehr durchdacht hier mit den gummierten flächen also wo ich das erste mal ich das rausgekriegt habe also dass der jetzt hier einrast und dass man hier einfach an den gummierten flächen anfassen kann zum entkappen also ich bin begeistert davon also gehört es wahrscheinlich auch in meiner stimme ich finde das genial dann wie der füller in der hand liegt finde ich für meine hände ist der perfekt also der liegt sehr sehr gut in der hand die gummierte fläche hier also es ist auch jetzt schon wieder ein bisschen warm also habe leicht schwitzige hände also aber trotzdem sitzen meine finger sitzen hier bombenfest dran die feder die schreibt einfach fantastisch also ich liebe die feder also es ist ein sehr sehr gutes produkt made in germany gefällt mir ja noch mehr ja was soll ich dazu sagen ist für mich eine klare kaufempfehlung für schüler studenten oder wenn er den einfach nur zu hause zum schreiben benutzen wollt ich würde das ich würde den füller sofort kaufen den gibt es übrigens nicht nur hier wie manuel damals gekauft hat das ist die farbe onyx den gibt es auch in schön bunt oder in schwarz weiß gibt es ihn auch also es ist jetzt hier sieht er vielleicht hat ja auch meine freundin gesagt für kinder ist jetzt diese sitzt die farbe jetzt vielleicht nicht so toll aber den gibt es wie gesagt auch in schön bunt für kinder von daher wenn ich jetzt eine zum beispiel mein patenkind kriegt das ding jetzt verpasst in schön bunt für diese dann wahrscheinlich auch ein super füller also ich persönlich würde wie gesagt eine klare kaufempfehlung hier für diesen füller aussprechen wenn euch das video gefallen habt machten da also gibt mir daumen hoch wenn er mich noch nicht abonniert hat abonniert mich und jetzt noch eine fangenfrage diese farbe castell schwarz wenn ich wasser auf dieses blatt papier gebe die farbe ist also die tinte ist komplett weg also es nicht wasser fest warum geht so eine tinte nicht ab von den fingern vielleicht könnt ihr mir das mal erklären oder ich muss einfach mal die maus fragen aber ich habe jetzt hier meine hände geschrubbt ich habe auch nagellack entferner benutzt sie geht einfach nicht ab warum die tinte nicht von den händen ab tja vielleicht könnt ihr mir das auch mal beantworten die frage schreibt es mir einfach in den kommentaren rein ja falls ihr noch irgendwas habt was ich testen soll oder falls ihr bock habt dass ihr mir mal wieder manuel einen stift zuschickt den ich testen soll könnt ihr gerne machen schreibt mir für den kommentaren ich melde mich dann ja ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder macht's gut